Hallo Freunde und willkommen zur sechzehnten Folge von Tom Clancy's TitoVision. Wie versprochen werden wir uns in dieser Folge nochmal auf den Ausbau unserer Bereiche konzentrieren. Und ja, in der nächsten Folge dann sehr wahrscheinlich, je nachdem wie diese Folge läuft, werden wir uns darauf konzentrieren, die Hauptquest ein bisschen voranzutreiben. Verdammt! Da muss doch noch was Besseres sein. Ja, ich habe was Besseres für euch. Haha, ach wie schön. So. Bürger, sie sind in Not. Gott segne sie. Dankeschön. Sie auch. So. Ach, warte mal. Das ist doch der Bereich, wo wir letztens abgekackt sind. Kann das sein? Warnung! Kontaminierte Vorräte entdeckt. Warnung! Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Ich frage mich, ob hier Cleaners sind. Bestimmt. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Sie verlassen jetzt das Kontaminierte Gebiet. Ganz bestimmt werde hier Cleaners sein. Das ging aber schnell. Komm schon, komm schon Klinas Der Sachsen Kontaminations-Scan abgeschlossen Daten auf JTF-Styler geladen Leute, wir sind gut Oh, was haben wir denn da? So, was ist das nächste im Bereich? Geiselrettung, Gegner Stufe 10 Ja, das schaffen wir Ach ja, stimmt ja Wir haben dem einen Kerl ja geholfen Da kriegen wir ja noch eine Belohnung Jedes Mal vergesse ich die Aber wirklich jedes einzelne Mal Ich hab ne Botschaft für euch Fuck Zu spät bemerkt Okay Ja, gehen wir halt zu Dauntis One Dauntis Run, 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 Run Ach, One Mein Englisch ist very beschissen Das ist eine Feststellung, die ihr schon long time wisst Ja, es geht Betreten eines sicheren Bereichs Peter, kommen Sie mal rüber Sie? Ja, leider kein Geld, ich bin leid Aber hey, wer noch nicht hat Der wird schon bald haben Wie Jesus Christus dem Dalai Lama schon sagte Warnung Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich Wir müssen hier Störung des Waffenhandels Ja, machen wir den Was kann schon schief gehen? Das sieht so aus, als ob das im Untergrund wäre Das sieht mir nicht geheuer aus Ware lokalisiert Lade Koordinaten hoch Ist das alles? Ist es Alles in funktioniert Wir können um was wir Was ist los? Wollt ihr mich verarschen? Das war knapp Das war ja klar Warnung Gegner näher an sich Warnung Feindkräfte näher an sich Alarm Sprengvorrichtung wurde entdeckt Warnung Warnung Feindkräfte näher an sich Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt Oh oh Ah Ah Ah, oh Gott, wie knapp. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oh ja, da haben sie recht. Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern. Bitte, nicht, tun Sie das nicht, ich bin nicht krank, ich bin, ja, oh mein Gott, ah, scheiße. So, Virendaten, ne, sammeln wir halt die Virendaten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ihr seid wieder bei Hucka-Rick und seinem Wouldn't You Know It-Podcast und Geraden-Sender. Inzwischen weiß jeder über die JTF Bescheid, oder? Die Joint Task Force. So, okay, jetzt als nächstes machen wir jetzt noch mal eine Viren-Folge. Also das sind, ganz ehrlich, das sind die einfachsten Aufgaben bisher. Ja, vielleicht werden wir in der nächsten Folge anstatt einem Hauptauftrag doch erst, äh, uns nur auf die Nebenaufträge konzentrieren. Einfach Erfahrung sammeln, Vorräte und vor allem Punkte. Ja, wieso machen wir das? Die nächste Folge konzentrieren wir uns auf, äh, Nebeneinsätze. Andy. Hey Jay, rate mal, wer Karten für das Spiel heute hat. Du hast Karten? Ja, Lamar konnte nicht, also hab ich überlegt. Welche Hoops-Fans kennst du? Mir geht's eigentlich nicht so gut. Bestimmt nicht? Sieh mal aus dem Fenster. Hallo? Bist du das in dem Schlitten? Also, wie wär's? Geht's dir schon besser? Warnung, kontaminierte Vorräte entdeckt. Was macht er jetzt? Er geht in ein Juweliergeschäft. Oh mein Gott, weißt du was das bedeutet? Es bedeutet gar nichts. Kein erwachsener Mann geht mit. Alarm, Kontaminations-Scan eingeleitet. Erste Welle, okay. Und... Alarm, Kontaminations-Scan eingeleitet. Da bin ich doch, dann bin ich, da bin ich dann wirklich vorbeigelaufen. Oder ich weiß nicht mehr, ich war ja hier schon mal gewesen. Habe ich, äh, da unten den Viren-Scan aktiviert? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß... Ich weiß echt... Echt nicht mehr. Ah, Cleaner. Cleaners. Sorry. Fui. So. Aus, Florian. Aus. Du sollst doch solche blöden Dinger nicht mehr machen. Aus. Ach ja. Reib mich an der Infektion. Geil. Welcher Mann träumt nicht davon, sich an der Infektion zu reiben? Kontaminations-Scan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Yay. Du sollst doch das nicht getragen. Her gelernt hat mich das nicht gemmoodler daran klامpelt. Und im Jahrettuher Perm basiert es Ihnen erst. Wie sind denn zu erzählen? Wenn das auch noch nicht geht страшmente so ein Händischen. Istjas dann möglich? Ist doch auch bei AF-II. Ich bin vor Ort schmuch performances schmutz. Brand dom. Ruhe, es tut sich klein. Ich glaube, es sind nur noch diese beiden Missionen in diesem Gebiet, dann hätten wir das ganze Gebiet gesäubert. Ich frage mich, ob das irgendeinen Einfluss hat. Ja, probieren wir es einfach aus. Irgendwie muss ich hier doch rauskommen. Hey, ich seh doch, dass ich besser rauskomme. Oh, du süß O, der Außenagent. Und ich sag's ja nur, egal, es gab uns so viel zu tun, also denk dran. Okay. Ich bin doch wohl irgendwo in einer Zonen Tafel sein, so eine Einsatztrabe. Okay. 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 Das ist erschreckend, wie viele Zelte es hier gibt und im Endeffekt wie wenig Personal. Ah, die habe ich gesucht, aber gut, die habe ich schon. Da ist ein Echo. Dann holen wir uns das mal als erstes. Ach, das, doch, da war ich schon gewesen. Da war ja die Schwester von der einen. Na gut, das Nebeneinsätze. Also solange ich die habe, kann ich nicht das Gebiet abschließen. Massengraben, Massengräber sogar. Ach, die Scheiße. Okay, die Wasserversorgung, die ist jetzt als erstes dran. Sie haben ein gutes Herz. So, jetzt lassen Sie was fallen. Lassen Sie was fallen oder ich erschieße Sie. Blöde Kuh. Rauben Sie mich jetzt aus? Nein, ich erschieße Sie und dann raube ich Sie aus. Und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen und lege alles wieder zurück. Natürlich raube ich Sie jetzt aus. Was denken Sie denn? Wieso gehört mir? Na los. Na los. Gib mir was. Die da. Oder mir. Bedrohungen gefunden? Null. Ja. Ach ja. 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 Bei uns. Ach ja. 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 Verdammt. Ach, das schaffe ich nicht mal. Achtung, Ware zerstört. Okay. Okay. Im Endeffekt haben die nichts davon gehabt. Also ausgleichende Gerechtigkeit. So, jetzt aber. Die Wasserversorgung. So, geht doch. Ich muss sowieso runter, deswegen. Fange Funkübertragung ab. Bitte warten. Leute, wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken. Sie löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Und noch ein Kollege, den wir verloren haben. Und noch ein Kollege, den wir verloren haben. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. War ja klar. Warnung, Feindkräfte näher in sich. Komm, noch einer. Oh. Warnung, Feindkräfte näher in sich. Wässerdruck im kritischen Bereich. Warnung, Feindkräfte näher in sich. Ja, was war das? Danke. Warnung, Feindkräfte näher in sich. Wässerdruck im kritischen Bereich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Ja, das kriegen wir hin. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Pumpe jetzt in Betrieb, Wasserdruck stabilisiert. Wasserdruck wieder auf normaler Stufe, keine weitere Feindaktivität entdeckt. So, wir können den Tech-Flügel ausbauen und den Medizinflügel, sehr gut. Das machen wir jetzt auch noch schnell und dann beenden wir die Folge. Separationsbasis, hier. Es gibt noch jede Menge für uns zu tun hier. So, wir können den Tag-Flügel ausbauen und den Tag-Flügel ausbauen. Kommen Sie zurecht, aber lassen Sie jetzt nicht mehr. Ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Es wird hier immer voller. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, Dekontaminierungseinheit, so. Talent-Triage, Talent-Adrenalin, Vorteil, Gefahrgüter, weiter die Dark Zone, Inventarum, einen Platz, Beratung. Oh, steigert alle Credit-Verdienste um 10%. Ich glaube, das machen wir jetzt. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Wir sollten das in Rechnung stellen. Werde ich auch. Deswegen kriege ich ja 10% mehr. Ähm, es war nicht Sicherheit, oder? Nein, es war Technik. Ausbauen, ja, hier ist es. Hier waren wir bis jetzt sparsam mit den Verbesserungen. Das ändern wir jetzt. So, Zentralheizung, Müsli-Regel, Verbesserung, Entsperrte Objekte-Tausch, Tod durch Helfer, Lauffeuer. Wir machen mal eine Heizung. Eine Heizung klingt immer gut. Im Ernst, uns bleibt nicht mehr viel Zeit dafür. Aufbau der Infektur der Gesamte. Da reichen ein paar Männer nicht. Wenn sich... Ja. Gut, Leute. Das war's dann auch mit der 16. Folge von Tom Clancy's Retribution. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. 100 Scharfschützen-Munition. Oh, da haben wir aber nicht geschossen. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. In der nächsten Folge werden wir uns an die Nebenmissionen machen. Und dann werden wir uns versprochen, in der 18. Folge wieder der Hauptmission zu nennen. Ja, ich würde sagen, bis dann. Und ja, haltet die Zivilisation am Leben. Und spart jede Menge Klopapier. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.